Musik Also für mich ist die Energiewende, dass wir in Deutschland auf jeden Fall mehr ökologisch und sozial das Klima versuchen, die Klimawandel zu besiegen. Dass man vielleicht versucht, Energieträger zu wechseln. Dass wir eben weit kommen von fossilen Energiequellen. Zu erneuerbaren Energien, Windkraft, Solar, Wasserkraft. Ich bin zum Beispiel ein verfechterter Sonnenenergie. Dass wir Energie verwenden, die umweltfreundlich ist. Es muss auch in der Wirtschaft viel passieren. Die Wirtschaft muss CO2-neutral werden. Dass man nachhaltig heizt. Dass man halt versucht, so gut es geht, auf diese erneuerbaren Energien umzusteigen. Ich bin dafür. Jawohl, wir müssen etwas tun und wir tun etwas. Ich bin auch mit dabei. Aber maßvoll. Musik Musik